hin damit ich jetzt schießt du mir da mal ein strahl hin so jetzt komme ich hier zurück jetzt kann ich was wirst du da drüben also wirst du jetzt gehen so jetzt musst du da drüben hier ein ich dachte ich soll es machen ich war ja schon unten dafür um hoch zu springen ja halt so nett es ist ganz simpel was schon ja sowieso nee aber das ist jetzt das Problem ich hab die Kanäle da nicht das Portal setzt es ist ganz simpel eigentlich jetzt komm du erst mal wieder hoch wenn du da drüben beim gelben Portal dein Portal setzt nein hast du da drüben ein Portal ja läufst jetzt durch dieses Portal durch ja genau so wird er da so läufst jetzt runter das hatte ich vorhin vorhin und du hast mir mein Portal weg ja aha da haben wir hier eins wo kann ich das hinsetzen geh du mal rüber also ne ne jetzt jetzt ja dort drüben musst du da geh durch geh durch geh durch geh durch geh durch geh da durch ne da musst du deins ding du kannst doch einfach dort drüben dein Portal setzen genau und dann weiter geht's doch gar ja es war auch nicht aber ja ja naja warum soll ich na wenn ich jumpe deine Portale waren doch weg egal jetzt wirsten wir es nur irgendwie schaffen ja weil du normal hier durchjumpen solltest deswegen hab ich das gemeint du müsstest jetzt unten jumpen dass du da rauskommst genau was von der art äh du das sehen wollte ich ja dass du zurück bist Moment mal ich kann mal wieder von vorne anfangen weil ich hab beide Portale hier und eins nein du bleibst hier ist ganz wichtig ja warte jetzt du mal dein Portal hier genau ich setz mal eins da jetzt setzt du mal deins hier hin wo ich mein rot ist sorry jetzt musst du deinen roten Haar setzen ne ich muss ja mit meinem roten Haar unten ja und jetzt setzt du deinen hellblauen da so und ich hab ja gelb oben also brauche ich roten hier ja genau jetzt kannst du mir helfen naja jetzt setz ich mal hier am hellblau so kommst nicht runter du brauchst ja du brauchst hier eins und hier ja du brauchst hier ja genau ja warte an das auf so jetzt hat er glück gehabt ja das geht instant das schon so jetzt hab ich gelb da jetzt rück ah gut doch 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 das ist ja in der Wirtschaft ist zu dunkelblau und genau dann ja ja okay weil wir uns hier seit jürgen streiten so verständlich das wäre als würde man mich bitten mit den testen aufzuhören aber das ist gut gemacht wie das markieren das da und halt dort ja sonst sonst du weißt ja gar nicht wo ich eigentlich meine ja eben deswegen ist das eigentlich relativ gut dass ich deine ansicht sehen kann weil dann kann ich auch mit beurteilen was ich sehe das ist das ist das andere lasst uns jetzt das Brückenbauen üben die Menschen hatten hier traurige Ergebnisse vor allem weil man mit Tränen keine Brücken bauen kann Achtung wir haben Hallo so Moment mal also wir brauchen sie da und sie da drüben so wir können dann hier durch gehen wir brauchen sie da nicht weiter gehen ähm Moment mal okay ich hab's verstanden soweit ähm Moment mal Moment also du kommst mal so jetzt sind wir da in diesem Sekt in diesem Sekt voll voll das Ereignis ähm Moment mal ja so dann so also hier rüber ja einfach ja also du hast jetzt da dein Portal mach du mal dein dunkelblaues da hin so jetzt kann ich ähm du hast du hast dein dunkelblaues da das war jetzt so ausgelegt so jetzt kannst du da durchgehen oh ne das geht so nicht Moment mal äh versteh was also so muss das ganze ja schon sein also jetzt müssen wir nur irgendwie hinkriegen so da durch okay okay es geht es ist zu eng es ist zu eng ich kann einfach dort drüber sehen schießen eins dann gehen wir da durch es wäre einfach zu einfach haha wir bauen mal eine Brücke auch nein 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 lebst du noch? ja gut wir bauen auch hier eine Brücke drüber wahrscheinlich na warten können wir hier hinkriegen die sind auf der rechten wo sind die? sind die auf der rechten oder auf der linken? warum schießen wir immer noch durch? links passen sie die sind auf beiden weil wir eine Brücke brauchen aber nicht zeitlich sind da oben ja warte zwei kriegen wir zusammen ja genau 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 leider hat er hier luschen und jetzt schnell weg so jetzt auf meine Brücke so ähm gut dort drüben sind wieder paar böse das heißt wir müssen mal hier hoch wir haben auf jeden Fall zwei Brücken das ist gar nicht mal so schlecht wir haben eine so und jetzt sterben wir schon Moment mal ähm wir haben hier oben noch eine schräge ja also eine an ja warte die kannst du hier hinter mir setzen hinter mich setzen ja genau so genau und die gerade die was ich da habe ja die gerade die du hast kommt das ist die Hände genau hier hier da ist eigentlich ein Block noch unten Dings halt halt auch noch okay dann gehen wir erstmal durch ähm jetzt ist halt die Frage also da drüben ist gerade nur halt das bringt es mir jetzt nicht viel nein hallo kurzfristig könnte mein Schalter einschalten dadurch bist du tot oder ich hab kurz weggemacht jetzt geht's überschalten ah es würde gehen sonst können wir besser zusammen aus Meldmanchu wäre das ein erfolgreicher Test gewesen gut ähm ne warte ich mal hier hin ist er ja so jetzt hammert das soweit ok gut dann machen wir das gerade wie gerade er hin blö das ist ein Bein der kommt hin denn also au lasst mich hier freden seit schauen dass du durch bist zielverlust so ähm soweit passt das und jetzt rennen wir einfach hier geradeaus durch auch diesen Test hatte vor euch noch niemand bewältigt oh my god welche wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Test geliefert hat jetzt haben sie jetzt kröck allein auf so ne Idee kommen soll spiel zu machen ey so